Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Total War Warhammer 3 mit Festus, the Leech Lord. Ich habe ein bisschen was verändert an den Armees. Nichts großes. Hier habe ich glaube ich die Nörgling rausgenommen. Das ist ein bisschen verändert. Ich habe gesehen, wir kommen zu dir nicht hin, weil die weggerannt sind. Wo wir aber hinkommen? Wer? Talar Benheim? Das sage ich richtig, ja. Gefühl könnte man das so gewinnen, aber probieren wir das mal mit einer bisschen Belagerung. Ich habe aber auch hier gesehen, wir können hier was Neues reinadden. Das klingt nicht bad. Aber ich glaube wir wollen vielleicht ein paar Beast of Nurgle. Können wir uns das leisten. Hier können wir uns nichts leisten. Vielleicht wenn die rausrallyen. Je nachdem was diese Armee hier macht. Na guck mal, die haben uns einen nicht verbündeten. Über freundlich gesinnten Typ hier eingenommen. Und er fährt weiter? Ja, kein Problem. No aggression, bin ich dafür. Ah, das waren nicht mal die, die wir hier verscheucht haben. Sondern Karl Franz macht es. Gegen die Waldelfen möchte ich ungerne spü- äh... Direkt spielen, auch wenn wir das schaffen. Verlieren wir wahrscheinlich viel... Oder etwas. Auf jeden Fall, weil die so viele Pfeile haben. Genau wie die Sempire. Ja. Was machen wir hier? Gifte die Unipool-Kappe. Nerdlings. Und Blackbearers. Upgrade Gifts, Rotting, Reunite. Ah, der kann dann so ein paar Sachen summonen. Ein paar Demons, okay. Ja, nee, das brauchen wir gar nicht. Äh... Ja, das wollen wir. Das wollen wir. Wir brauchen... Äh, ein bisschen... Ein bisschen schnellere Units als Nurgle. Wir haben die Hunde, aber die Hunde können halt irgendwann auch nichts mehr machen. Ich seh grad hier ne riesige Armee an uns stehen. Ah, nee, ist nur ein Held. Okay. Unsere Armee ist das. Ja. Wir haben keine Vasallen. Also das. Immer noch Pillen. Mal sehen, was das macht. Wir haben nix verloren. Wir haben nur Provinz secured. Dann können wir direkt... Das hier. Machen wir das auch schnell. Occupy. Occupado. Ich wollte grad schon ne nächste Armee aufstellen, aber wir können uns ja nicht mal unsere derzeitigen leisten. Schade. Was ist das? Hm... Bisschen mehr Meli-Attack. Ich hole das. Okay. Wir überspringen das Bauen, bevor wir für irgendwas getemptet werden. Wir brauchen Money. Ich hab gesehen, dass Norska mittlerweile richtig reich wird. Die, die früher nicht mal richtige Settlements bauen konnten. Haben jetzt ganz viele Häfen und Häfen sind in Warhammer 3. Total War Warhammer 3. So. Äh. Extrem gut. Ist ja hier eine Gegner Charmé. Sind die... Die sind wahrscheinlich so durchgelaufen. Oh, Master Marys. Brauchen wir gar nicht. Ich hab hier irgendwo einen Gegner Charmé gesehen. Wir können denen auch noch ne Plage geben. Irgendwas, was es Money gibt. Was wir uns leisten können. Aber wir machen wahrscheinlich im nächsten Runde wieder Kämpfe. Wir können uns das nicht leisten. Okay. Never mind. Das war so auch, als ich die Kislev-Kampagne als Boris Orson, heißt der so? Ja. Gespielt hab. Da hab ich mich dann auch irgendwann nur noch durch Kämpfe ernährt. Weil der so viel Durchkämpfe bekommt. Any friend of mine? Nee. Die Fans kriegen das von uns nicht. Wir wollen, dass du irgendwann... ...ausgerottet wirst. Ihr Plague ist doch gut. Hallo. Ey, nicht wegrennen. Weigling. Weigling, ich brauch dein Gold. Oh. Sitzt der da drin? Sitzt der da drin? Sollten wir schaffen. Ah, wir haben keine Magie. Können wir das schaffen? Das sind Reinforcements. Like battle. Oh. Ich glaub, der hält auch sehr viel im Eins-gegen-eins aus. 2000. Uiuiui. Das ist viel. Okay, dann... Er baut sich echt auf... ...da auf und nicht so. Okay. Die hier werden damit beauftragt, den hier möglichst... ...wegzumachen. Ihr werdet damit auch beauftragt... ...möglichst das hier wegzumachen. Und ihr versucht da durchzugehen... ...und so ein bisschen zum Runden. Ja. Und so ein bisschen... ...und so ein bisschen raus. Und so ein bisschen rauskommt, den hier. Oum, 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 oum. okay das hat ja jetzt nicht so gut funktioniert das funktioniert alles nicht so gut sind die schon weg könnt ihr euch noch mal kommen alle da raus wo sind die geploppt vergessen wir irgendwas vergessen dass die jetzt kommen ein paar sekunden damit an act of corruption marauders on the move vanguard pestilent marauders searching for battle fündchen sollten da raus bleiben kill him da kommt die ganze verstärkung auf einmal kann man das machen ja was gut schaffen wir ja noch bevor die kommen wenn deren lord hier stirbt das wäre gut für uns wo sind meine hunde 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 passt auf da kommt irgendwas da sind noch ein paar sperrmänner die hunde geht mal hier hin ja der hält extrem viel aus und wir können gegen die nicht wirklich ploppen weil die relativ viel bogen armbrustschützen den armbrustschützen haben wir kämpfen mal gegen das wir kämpfen weiter gegen den gehen wir mit denen das was hier gerade am rennen ist ein bisschen auf das sollte möglich sein nein nicht die champions sollten stark genug sein sein ja die backline sieht man ein bisschen undefended ok sie ist nicht mehr undefended die backline hm vor der versuch um so schnell hunde anzugreifen das ist ja was das fühlt nicht könnt ihr bitte hier was machen ok erzählen die hier nicht auch mal sowas wie ein lord sind es nicht so die garrison lords wo sind eigentlich meine hunde wir sind hier ok macht mal das weg und dann könnt ihr hier rein hunde sind wichtig gerade für uns ja alle meine hunde sind hier nein und eine ein hundenpack soll auf den drauf bleiben dass sie sich nicht wieder fangen du bleibst auf den drauf die sind zerstört ok das nächste unsere frontline muss nur lange genug halten das könnte zwar ein problem werden hm please kill it der hält viel zu viel aus für uns die haben wir einen hund hier mal ein hund ach hier ist noch der zweite ok 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 ein lord ist tot ja ist gut nächster lord nächste wir haben keine heilung die wir da rein schicken nein nicht wieder fallen Yes to die Ja, mehr und mehr unserer Soldaten fliehen, weil wir nicht zu dem Lord durchkommen. Auch wenn er aufgegeben hat. Huff, rein, die weg. Heiglinge. Und die rallyen immer wieder. We might be doomed, yes. Chaos. We might be doomed, we might be doomed. We might be doomed. Huff, Huff, Huff. kill them der lord has to die vielleicht wäre es besser gewesen mit dem hier die ganze zeit hin und her zu rennen und das zu cheesen kann ich mir vorstellen dass das schlau gewesen wäre ja unsere warriors fliehen ich sehe jetzt auch nichts mehr dass wir in deren backline sind dammit dammit hmm gewinnen wir gerade kann das sein nein gewinnig sah kurz danach aus aber halt nur kurz selbst nachdem wir alle ihre schönen starken helden weg gemacht haben den wir trotzdem noch einfach wegen den ganzen bogen schützen unsere chosen of chaos spying champions sorry halten noch sehr gut durch wir sind aber die einzigen klar jetzt halt nur noch die aussahm schade es macht halt nur speed beat und charge speed weniger das bringt uns halt reichlich wenig da fliehen immer mehr na renn auf doch die aspiring champions sind halt echt stark machen wir noch so viel schaden wir können machen wir noch so viel schaden wie wir können machen wir noch so viel mit wie wir können da rein der Wald sollte uns sogar ein bisschen vor feilen schützen glaube ich wir haben immer noch unseren lord das kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr vor vielleicht hilft es uns dass sie einen debuff auf sich drauf haben gut für uns ja die balance of pop wir haben gewonnen die aspiring champions haben es gemacht dass wir das gewonnen haben ist echt ok die haben auch fast das dreifache von uns aufgestellt ja zweifache zweifache ein bisschen na doch fast na ja na ja na 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 Hey, wir sind mal im Plus. Und die haben überlebt. Unsere Spiral-Champions sind einfach Klatsch. Ich dachte, ich hätte jetzt schon voll aufgelivelt. Chaos-Dragon. Ui. Wir haben gerade genug Geld. Hier können wir nicht mehr hinterher. Wir nutzen unser Geld, um das abzugraden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, falls ihr so lange durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet, lasst ein Like und in das Kommentar da. Man hört sich. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.